Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu Hexium. Wir hatten schon Hexium Connect diesen Monat und jetzt nehme ich auch noch mal das Grundspiel, was da ursprünglich zugrunde lag, mit rein. Das ist so ein bisschen umgekehrtes Minesweeper, möchte ich sagen. Und zwar geben die Zahlen auf den Blöcken an, wie viele Verbindungen so ein Teil jeweils haben soll. Wobei, wenn es gelb gefärbt ist, heißt es hat genau die richtige Anzahl, wenn es rot gefärbt ist, hat es zu viele, wenn es grün gefärbt ist, hat es zu wenig. So funktioniert es. Also Verbindung ist immer an so und so viele Teile soll es angrenzen. Hier machen wir einfach einen Ring draus, das ist ganz easy. Das schieben wir einfach alles in der Mitte zusammen, das macht es auch nicht wirklich schwer. Und das packen wir, äh ne packen wir nicht. So, dachte ich, Mensch total easy. Arschleckenfeuerwerk, nicht total easy. Null, okay. Null ist interessant, aber auch nur so halb. Oh Gott, vier und äh, 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 warte, warte. Lass mal das in die Mitte und dann die Einsen jeweils nach außen. So, wird auch ein Schuh draus. Ähm, wait what? Also wenn hier so Striche dran sind, dann heißt das, das ist quasi fest in Position gelockt, aber ich denke, das habt ihr auch schon selber rausgefunden. Hm, das war ja dann doch irgendwie relativ offensichtlich. Hm, das funktioniert jetzt irgendwie. Ich kriege hier doch niemals drei Verbindungen hin. Es wird doch nie was. Ich glaube, ich muss einfach nach hier unten weggehen. Das ist eher so der Punkt. Na, geht doch. Okay, die Nullen packen wir schon mal nach da. Das packen wir nach da. Das tun wir da hin und das tun wir da hin. Das passt nicht so ganz, aber die Idee ist gut. Und so wird es auch was. Also ihr seht schon, man kommt hier relativ zügig durch. Ähm, wir können mal, wie weit bin ich denn? Ah, wir gucken hier einfach mal in Level 23 rein. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen wird, aber wir probieren es einfach mal. Das sieht auf den ersten Blick noch relativ harmlos aus. Wir sind davon, dass ich irgendwie gefühlt eine 2 zu wenig habe. Aber machen wir das halt so. Funktioniert auch. Keine Ahnung, ob es so gedacht war, aber wir machen das einfach mal. Eine 5. 2. 3. Oh boy. Ah, das hätte alles wunderbar gepasst, wenn ihr dämlichen Kinder nicht gewesen wärt. Das fällt mir dazu ein. Verdammt. Können wir das Ding nicht einfach, keine Ahnung, irgendwo eingraben oder deportieren? Einfach so hier in den... Fertig. Ja, schade. Ähm... Ha, so geht's. Bäh... Geh... Oh, 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 oh. Das ist ja ungünstig. So, und die da zu viele Verbindungen, das ist natürlich nicht so toll. Wenn wir hier einfach eine 4 reintun, nee, da eine 4 ist blöd, aber hier eine 3 ist ganz gut. Die 4 hat da zu viele Verbindungen. Nein, das war richtig bescheuert. Das ist gut zu wenig. Du hast allgemein irgendwie zu viel. Das ist irgendwie nicht so geil. Die 3 hier. Irgendwie wird das so alles nichts. Das macht es aber auch irgendwie nicht besser. Nee, ist mir geradezu anstrengend. Was aber auch richtig, richtig anstrengend ist, das möchte ich nochmal kurz zeigen. Generate Random Level. Also man ist nach den 40 Level nicht durch. Man kann beliebig viele spielen. Und es gibt auf Kongregate ein Impossible Achievement, um einen Stufe 6 Level in unter 3 Minuten zu schaffen. Oder in 3 Minuten oder weniger. Und das ist einfach so, nein, 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 nein. Not gonna happen. Das ist einfach so, nein, das wird nicht passieren. Also vielleicht schon irgendwie, aber ganz ehrlich, habe ich so gar kein Gehirn für... Allein diese Menge an Zahlen und Farben überfordert mein Gehirn gerade so ein bisschen. Was aber auch daran liegen kann, dass ich ungefähr das, keine Ahnung, 13. Let's Flash in Folge aufnehme, um mit dem Januar jetzt irgendwie mal fertig zu werden. Von daher, ich tue mein Gehirn einfach mal ins Eisfach. Und ihr könnt den Link in der Videobeschreibung klicken, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.